das ist keine finanzberatung nur meine persönliche meinung und nein ich bin kein anlageberater so unser kleiner david hat sie über masken bisschen lustig gemacht ripple cdu trollt ellen musk wegen seiner liebe zu mimis also zu deutsch oder doch coin david schwarz bla 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 verspottet innovative tech milliardärs interpretiert schwarz postet ein bild eines buches mit dem titel interne internet memis auf dummies als wollte er ellen musk dafür tageln dass er in den letzten jahren so viel von ihnen getwittert hat schwarz bat seinen twitter follower dieses buch so schnell wie möglich zu lesen als antwort auf eine frage seiner anhängers warum ellen musk wegen mimis verspottet nannte er sich der cdu von ripple eine gleichberechtigung spötter er fügt hinzu dass mask oft dinge tue die extrem lächerlich seien das stimmt auch muss auch immer wieder bedenken viele kennen ja ellen musk nur von tesla weil er die eautos baut aber vorher war er und ein paar andere dabei die paypal erfunden haben ellen musk gehörte zu den paypal erfindern und gründern und muss auch bedenken dass ellen musk tatsächlich auch ahnung hat von der finanzwelt weil auch die world bank ist paypal partnerschaft und ich habe mich die letzten jahre echt immer gewundert warum er denn nie irgendwas über ripple oder xrp mal gesagt hat da hält er sich ganz gewaltig zurück aber schauen wir mal was kommt ne ich könnte mir vorstellen dass er natürlich auch bei ripple mit rumfummelt ripple präsident hin eher gesagt sehr hoffnungsvoll auf einen sieg in der ssc klage gegen xrp prognostiziert wann die entscheidung wahrscheinlich fertig sein wird long sagt in einem neuen cbd cnbc interview dass sie sehr hoffnungsvoll ist dass das urteil in der klage zugunsten ripple ausfallen wird während der er während sie voraussagt dass die ssc die klage wahrscheinlich nicht gewinnen wird da die fakten und das gesetz auf der seite von ripple stehen sagt die präsidentin des zahlungsunternehmens dass die kreis industrie regulatorische gleit und sicherheit von der us marktaufsichtsbehörde wünscht wir halten es für sehr unwahrscheinlich dass die ssc klage dass die ssc dass die die ssc die klage gewinnt wenn man bedenkt dass unsere ansicht nach sowohl die fakten als auch das gesetz auf unserer seite sind in bezug auf das gesamtbild dessen was in den usa an der regule regulierungsfront passiert sehen wir maßnahmen durch durchsetzung im gegensatz zur feststellung klarer regeln und vorschriften was wir alle in der branche wirklich müssen laut der präsidentin von ripple wie so präsidenten könnte ein urteil in der ssc klage gegen die zahlungsfirma vor ort noch vor ende 2023 verkündet werden also halten wir mal fest james k philin ehemaliger staatsanwalt hat gesagt wahrscheinlich ende märz also bis zum 30 märz brad garlinghaus hat gesagt juni sie sagt bis ende 23 also bis ende des jahres lassen wir uns einfach mal überraschen und halten uns an gar kein datum mehr fest na also das finde ich so mittlerweile so okay mit der ssc klage haben sowohl ripple als auch die ssc unsere anträge auf summarisches urteil gestellt die entscheidung liegt nun also bei der richterin wir sind optimistisch irgendwann in diesem jahr eine positive lösung zu haben von daher schauen wir mal was los ist ne schauen wir mal echt was los ist noch so ich habe ja noch ein bisschen was ssc gegen ripple ssc antwortet auch endlich auf ripple letters of supplemental authority bla 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 in ihrem antwort argumentiert die ssc dass die entscheidung zweier richter sich in ihrem stellungnahme in bittner usa auf die regel der milde zu stützen nicht für ripple fair notice verteidigung gilt erstens weist die kommission darauf hin dass die regel der milde nur für strafverfahren gilt während der ripple fall zivilrechtliche natur ist darüber hinaus stellt es fest dass die regel der milde die beklagten nicht von der hoff haftung entbindet darüber hinaus behauptet es dass die gerichte selbst dann wenn die regel der schonung auf zivilsachen anwendung fand nie festgestellt haben dass die definition des begriffes investitionsvertrag vage ist da muss man noch dazu sagen die ssc hat sich und das ist tatsächlich war das haben sie selber zugegeben noch nie einen investitionsvertrag von ripple angeschaut sprich die verkaufsverträge von xrp münzen dazu muss man mal noch sagen es sind zwei total über 2380 stück gewesen und die ssc hat sich nie einen angeguckt obwohl sie genommen deswegen ripple ja verklagt wegen xrp da muss man mal echt sich durch den kopf gehen lassen die haben zwei jahre vorher vorbereitung gemacht auf die klage bei schnittchen und bierchen aber warum soll man sich einen investitionsvertrag deswegen gehe ich auch immer davon aus oder sage ich auch immer wieder die klage beruht sich bei der ssc nur auf vermutung weil wenn ich jemanden verklage dann muss ich mir auch was angucken wäre genauso als wenn ich jetzt ein von euch einfach verklage weil ich irgendwas vermute warum nicht alter spiel aber jetzt etwas geiles homo pay ist offizielles mitglied der singapur clearinghouse association gewonnen homo pay ist ripple partner und benutzt odl homo pay ist schon vom 6 märz sorry ein in singapur ansässiges großes zahlungsinstitut hat am montag also eine offizielle mitgliedschaft in der singapur clearinghouse association bekannt gegeben einer angesehenen organisation die aus dem monetary authority of singapur und ausgewählten finanzinstituten besteht das ist einfach nur geil das ist einfach nur geil dazu muss man sagen dass vom opel steht das hier auch mit zwift natürlich zusammen ist aber hier diese mitgliedschaft stellt eine weitere bedeutende meilenstein für fumopay da nachdem der es kürzlich im dezember 2022 mitglied des zwift netzwerks geworden war und spiegelt das unter unterschiedliche engagement des unternehmens für die bereitstellung konformer und sicherer digitalen zahlungsdienste wieder seht ihr ist doch schön ist doch einfach schön gucken wochen mag und da sehen wir hier weil xrp bei minus 6 4,66 prozent was soll ich dazu sagen 42 cent bereich noch also wir könnten wieder tatsächlich in den 30 cent bereich rutschen aber es liegt doch an der marktsituation damit können wir wieder alle mit runter zieht und ja es ist halt so können wir nicht dran ändern bleiben wir mal so der xrp ledger muss bei 70 wieder 18 pro sekunde ok warten wir mal weiter ab alles andere ist mumpets so meine lieben qualm es war schon um halb elf online ich glaube da habe ich gerade das umgestellt deswegen war ich auch so nopetsi hi otto ran moin moin nopetsi grüße von der nachtschicht ach du schande mr dr drs arz mittel mein guter marcos guten abend mc community holiday diver hey mc sonny grüße aus mexico grüß dich nopetsi dachte kim.com hat paypal erfunden nein ich weiß nicht ob er dabei war aber das war ellen must tatsächlich der war einer mit der gründer von paypal armin rademacher ne kim.com ist doch der dicke deutsche der in neuseeland war der auch ein paar straftaten begangen hat mit seinen illegalen video downloads und alles mit filme armin rademacher hi mc schon wieder da super ja sicher ein bisschen spät aber ging eher nicht alexander grüß dich mc liebe grüße aus new york ach du schande in den usa dem aber dann kannst du ja hier mal bei der richterin vorbeigucken ich glaube ich besuche mal die tausse danke frage wie lange das denn noch dauert ja mach mal bitte mit line gruß aus tunis und ein hallo in die runde grüß dich grüß dich mc qualm ist namen im sie schon stunden stunde da und jetzt fängst du ohne mich an ja was soll ich denn dazu sagen mein freund ich kann es eben nicht anders weil wir es namen auf erster unter pc ok tommy wo war ich jetzt da tommy abend ihr lieben grüße aus münchen huber hallo arbeit zu ende bin jetzt time und mc schöne grüße grüß dich dann gehen diesmal jetzt schön ein wochenende bevor ich vergesse morgen 23 uhr wenn ich natürlich hier oft wird schleifen und dann machen wir uns dann ganz großen leistin wieder mit line deine meinung zu xrp in bezug auf afrika danke ja ich hatte eigentlich immer gedacht dass afrika wöbel technologie mehr oder weniger sich fernhält in den bank bereich jetzt nicht aber dass da groß mehr für xdc und xlm der bereich bleibt aber wie es aussieht wird rippel technologie doch auch sehr extrem in afrika natürlich verwendet und es wird ja schon verwendet von vielen finanzdienstleistern auch odl aber sind nun mal leider auch kleine transfers mit keine großen aber es ist fantastisch fantastische schwarze kontinent mit rippel technologie läuft würde ich mal sagen malatis mc babo heute wieder live in von nikos guten abend marcelo grüße aus nrw gibt es nächste woche ein urteil ich habe das gefühl odl im bankbereich ist doch noch nicht gestartet war das alles nur pump oder vielleicht erst live test nein das war jetzt vor kurzem erst der große pump weil sie natürlich alle gedacht haben die klage ist jetzt vorbei dazu kommt noch es gibt ja noch diesen airdrop der heute durchgeführt worden ist vielleicht hat das auch damit noch zu tun dass man sich die tasche ein bisschen vollgepackt hat weil umso mehr xrp münzen du hast umso mehr münzen kriegst du von dem anderen ja aber ja es ist schwer zu sagen ob jetzt gestartet worden ist weil durchschnittliche transaktion auf dem xrp ledger ist sehr hoch eigentlich dass wir hier nicht sehen das ist klar weil banken machen es mit sidechain das werden wir hier auch nicht sehen das ist ja auch so unser kleines problem ja und ich hatte eigentlich gedacht dass das dann hier hoch geht es war ja auch schon ein zwei tage einmal 40 und einmal 50 transaktionen die sekunde aber die hier die durchschnittliche transaktion ist immer minimum bei 50 normalerweise hatten wir vorher so zwischen 30 und 40 und teilweise war die schon über 100 und das ist so dass wo ich mir ein bisschen skeptisch bin dass die banken doch gestartet haben aber wie ich schon immer gesagt habe die banken werden langsam starten die werden nicht viele transaktionen machen und auch gar keine hohen transaktionen dazu musst du immer noch bedenken wegen iso sind immer noch nur wenig wirklich sehr wenig banken damit gestartet weil wenig banken irgendwie iso konform sind bisher das wird noch dauern weil die müssen ja erst bis november 2025 soweit sein und dann sind sie ja auch gezwungen nur noch über iso zu transferieren weil das alte system oder zu kommunizieren das alte system wird dann ja abgeschaltet malatis wieso heute so spät bau weil meine mitbewohner ein bisschen fernsehen geguckt hat die hat jetzt auch wochenende und die meinte so bis 23 uhr 20 eben noch fernsehen zu gucken und naja es ist das problem mein rechner steht nun mal eben im wohnzimmer und ich habe nur eine dreizimmerwohnung 200 quadratmeter groß aber es sind leider nur drei zimmer und das was früher mein arbeitszimmer war musste man ja räumen weil so ein kleines kind nun mal jetzt da ist holiday diver wenn die banken die das sidechain system benutzen sieht man das auch am offiziellen handelsvolumen das volumen ist momentan recht niedrig für bankenstaat das ist richtig das sollten wir dann eigentlich auch daran sehen weil natürlich werden dann ja über den xrp ledger gekauft dass das volumen jetzt bei einer milliarde das ist schon mal noch in ordnung man muss ja auch bedenken wir waren ja sonst immer so zwischen 500 und 800 millionen aber wenn wir dann die zahlen anguckt mit 4,76 prozent minus es sind das natürlich die verkäufe die kommen ja da auch mit rein und das ist nun mal immer plus zeichen und das ist immer das doofe beim handelsvolumen da sind käufe und verkäufe zusammen drinnen die masse aber nicht desto trotz ein stunden chart sagt uns ein prozent schon wieder plus also warten wir mal was kommt wie sieht es bei bitcoin aus auch schon passt ok anton guten abend und wie gesagt wir müssen uns eben halt noch gedulden also ich erwarte so kurstechnisch wenn überhaupt erst ab ende august oder ab august was das dann wirklich wenn die banken gestartet haben dass sich dann der kurs da ein bisschen bewegen wird mit dem prozess naja ihr habt ihr jetzt gehört ne erst heißt es 30 märz brett sagt juni die präsidentin von ripple sagt jetzt dieses jahr einfach auf keinen kurs festlegen ganz entspannt weiter wenn man kaufen will kauft einfach entspannt weiter mache ich auch und ja es wird auf jeden fall wir können schon mal eins feststellen es wird auf jeden fall dieses jahr vorbei sein wann es soweit ist aber ihr seht auch es geht ja eigentlich auch nur um die usa im endeffekt ist der prozess für uns xrp holder gar nicht so besonders wichtig weil es geht nur darum wie viel muss ripple eigentlich bezahlen mehr nicht und nach dem prozess dürfte dann die usa eigentlich auch kein problem mehr haben und mit odl zu starten halt mal die es hat mir zwei jahre zeit gegeben damit die die banken voll starten dann sind meine reserven verbraucht hat mir zwei jahre zeit gegeben damit die banken voll starten also zwei jahre 2025 ende november 2025 wird das die massenadoption kam aber ich gehe natürlich davon aus dass es schon vorher startet dass sie jetzt schon gestartet sind weil es wäre ja wahnsinn ein neues system wirklich zu starten im bankbereich global wo sie noch nur bisher getestet haben und das in einer perfekten umgebung und nicht in der praxis mal testen und von daher denke ich eher dass sie jetzt schon gestartet sind und jetzt so gesehen die testphase in der praxis kommt tommy hast du aktuell etwas bezüglich eu-parlament obergrenze von 1000 euro für zahlung mit selbst gehosteten wallets gehört und wann ja wenn ja was verstehst du darunter danke also es ist einfach alles was über 1000 euro geht zur börse hin oder weg von der börse sprich du kaufst und du schickst es dann zb auf ein hardware wallet damit manchmal die gehosteten wallets muss die börse deinem finanzamt bescheid geben das ist im endeffekt alles du musst dein wallet auch verifizieren auf der börse das mache ich jetzt beispielsweise auch wenn ich was weg schicke und ich habe einen neuen coin muss ich erst ein screenshot machen von der empfängeradresse die wird dann bei call mercy registriert und dann kann ich erst die münzen wegschicken das bedeutet nicht mehr dass man anonym ist weil diese adresse die du natürlich dann verifiziert den screenshot den ich mache der wird natürlich an mein account gebunden und das wird dann natürlich alles das finanzamt übermittelt kriegen die holländer sind schon ein bisschen weiter aber genau dieses prinzip was auf call mercy ist wird jetzt in ganz europa kommen wenn die die gesetze durch boxen wenn ich persönlich nicht schlimm weil ich habe nichts zu verbergen soll das finanzamt das vorher schon wissen was ich gemacht habe ist mir persönlich egal mir ist nur wichtig dass ich weil ich in deutschland leben natürlich dass die ein jahres haltefrist immer noch zählt der rest ist mir egal sonst alles sehen können ist mir latte johannes guten abend mein sehr geehrte damen und herren ich wünsche allen einen angenehmen informativen live stream dankeschön johannes jetzt weiß ich warum ich keine mitteilung von twitch bekommen habe wenn du live gehst mein provider hat dich als potenzielle gefahr erkannt und in den spam ordner verband jawoll der hat's richtig zu gefährlich dieser typ ich habe dich aber aus dem verbannung befreit auch schade und sollte jetzt immer mitbekommen wenn du live bist jetzt muss ich aber nur noch schauen ob ich dann jeweils auch live mithalten kann ich melde mich dann auch bei dir in den kommentaren so bekommst auch du mit dass ich live bin sehr schön danke qualmes wegen der verwendung hast du recht aber trotzdem muss der prozess jetzt von der backe es hemmt sicher einige käufer banken etc ja natürlich das ist das schlimmste ist es hemmt tatsächlich die großinvestoren das ist klar und macht im allgemeinen einfach eine saubere sache draus wenn man rein ohne klage und leiche leichen im keller und reguliert ist ja natürlich also wenn die klage tatsächlich vorbei ist dann kommen natürlich nicht nur die kleinen leger die dann pumpen da kommen auch wirklich große investment unternehmen die dann natürlich da auch reingehen davon bin ich auch überzeugt aber ich sage immer so lange wie die schmerzgrenze von 30 cent nicht unterscheiden ist alles in ordnung info dass du online bist habe ich heute auch keine bekommen seltsam ab und an bekomme ich auch keine ja musste mal gucken wie johannes gerade gesagt hat vielleicht im spam ordner keine ahnung woran es dann liegt normalerweise kriegt ihr ja immer eine e mail von twitch sofort wenn ich live komme anton kann man dir die kanalpunkte irgendwie zugutekommen lassen nein die kanalpunkte sind einfach nur ja da kann ich noch ein paar sachen freischalten muss ich mir jetzt noch die tage mal angucken dann könnt ihr da ein bisschen spaß mit machen aber das bringt mir gar nichts das einzige was mir bringen würde sind diese bits die du kaufen kannst oder wenn du den kanal eben halt abonnierst dann würde ich was dafür kriegen aber ansonsten ja und die bits wenn du die kaufst musst du natürlich mir dann auch wieder zu schicken ja das ist so gesehen dass online geld von twitch ein bits ist glaube ich einen cent oder so qualm es habe ich gemacht als ich johannes gelesen habe da bin ich ja drauf gekommen war auch nicht ein spämen ok dann weiß ich leider nicht nur petzi also ich benutze ausschließlich die app über mein smartphone und dann bekomme ich direkt die app benachrichtigung als banner eingeblendet ok qualm es sonst bekomme ich ja meist auch nicht mehr ganz normal in der in den eingang seltsam dass es nur mal so und mal so ist ja da kann ich euch leider nicht helfen da weiß ich nicht was da los ist aber wie gesagt was den prozess betrifft müssen wir uns nun mal irgendwann dieses jahr wird da vorbei sein wann das soweit ist schauen wir mal aber es ist immer wieder schön auch zu sehen dass die ganzen sowie jetzt mit fomo pay auch verbindung zu swift natürlich hat und ja es ist auch schon sehr merkwürdig dass keiner irgendwie offiziell sagt ja wir benutzen ripple technologie und aber wird johannes xrp bitte warten bitte warten bitte warten und so weiter geld ja natürlich natürlich aber ich sage immer wieder es ist für mich mein goldenes los und im moment geht da so viel müll im netzwerk wieder rum wo ich im netz sage ich mal wo ich denke warum reden alle so viel xrp schlecht also ganz im ernst ihr müsst doch gar keine angst haben vor xrp warum geht ihr immer auf xrp los weil guckt euch doch mal an klar es ist ja sechste position aber mit dem kurs warum wovor habt ihr denn angst dass die leute in eurer community dann irgendwann anfangen xrp zu switchen hier von wegen von bnb auf xrp oder von die team oder bitcoin warum denn ihr habt doch so mega kurse darauf gucken doch die leute und bei xrp guckt man auch sechste position auf dem markt und 42 cent wir wollen sowas haben deswegen verstehe ich nicht warum es immer wieder auf xrp losgehen weil es doch keine gefahr für niemanden erst wenn das system gestartet ist und dann muss ich ganz ehrlich sagen viel spaß nur patsi also die twitch app meine ich okay qualm ist klar ist ja nicht schlimm dient nur zur info dass es da scheinbar differenzen gibt in der informations mail johmann atis xrp deutschland hat heute nur geschlechtes über dich gesprochen nein natürlich nicht keine ahnung ich habe mir das letzte video jetzt noch nicht angeguckt da war glaube ich was mit zwift von denen ich glaube das war es ist bei mir auch aufgeploppt worden ja ich muss mich noch mal bei denen melden ich habe ja gesagt denen auch schon bescheid gegeben wir wollen ja was zusammen machen ich habe ja gesagt ab 30 habe ich ja zeit und schau mal ne tommy hey mc xrp bleibt immer klein ja hoffentlich ne hoffentlich das wäre schlimm das wäre schlimm wenn xrp irgendwann mal größer wird mal das sind echt tolle jungs ja ja gestimmig dazu ich bin auch froh dass sie wieder da sind und auch jetzt mit dem zweitkanal natürlich und dann schauen wir mal ich habe mit denen überhaupt keine probleme muss man ganz ehrlich sagen also gibt ja einige die sagen von wegen ist nicht so mein ding ist auch verständlich das was ich mache ist auch sicherlich nicht jedem sein ding und ist auch okay von daher crypto white hat zum beispiel finde ich auch gut und da sagen ja auch viele ein nee aber das ist eben halt geschmackssache jeder bringt es eben so rüber wie es für richtig hält ich bin eher der kleine primitive aber ich mache hier kein schnickschnack und alles gut wenn ich nicht der typ für und kreativität ist bei mir sowieso eher null aber was soll's ne schauen wir mal ich habe ja auch tell mal vorgestellt tell coin ich glaube der ist richtig miese moment tell coin jo der ist richtig miese moment zu mir ihr seht ich habe nicht immer glückstreffer aber das stört mich auch nicht das stört mich echt nicht dass der so absinkt die ganze zeit warum ganz einfach weil ich warte auf dem bullenmarkt und da ist es mir jetzt egal wie ob der sinkt oder nicht mich freut es im endeffekt weil ich habe noch nicht so viele von den und ich werde wahrscheinlich auch die nächsten tage mal wieder ein bisschen was mir von denen holen weil das ist so ein coin wo ich denke könnte im bullenmarkt wirklich ein paar euro bringen malati sie sind authentisch nicht wie du der deb ja tut mir leid ich kann nichts dafür dass ich ein debbende johannes xrp ist nicht schlecht ich freue mich riesig dass ich die und dich gefunden habe aber ich bin 59 und wer sagt mir wie lange ich es dann noch genießen kann sofern ich den herzinfarkt auch überlebe ja das wird natürlich ein problem sein das werden wir alle wahrscheinlich dann kriegen das kann ich dir natürlich auch nicht sagen also mein schlimmstes szenario ist ja wie ich immer sage ende november 2025 da wird die massenadoption erst kommen aber ich kann mir einfach nicht vorstellen dass sie dann tatsächlich alle live geben mit odl und das tatsächlich dann auch riskieren hohe datenmengen also hohes volumen über den xrp ledger in der praxis ich gehe ganz stark dafür natürlich davon aus dass sie jetzt schon gestartet haben und das jetzt die im endeffekt so gesehen die testphase in der praxis ist mit linie bedeutet die einführung von cbdc ist dass das bargeld abgeschafft wird oder ist es eine weitere alternative zu zahlungsmittel nein es bedeutet tatsächlich dass wir unser papiergeld abschaffen es wird kein fiat geld so nennen wir ja unser papier geld wird es mehr geben es wird vielleicht noch eine kleine übergangsphase sein von ein oder zwei jahren dass man sagt okay bis die leute so weit sind bis sie im kopf so weit realisiert haben lassen wir noch ein bisschen bargeld aber im endeffekt es wird nur noch digitales geld geben später ist witzig man kloppt auf die kryptowelt rum aber jetzt bringen sie selber so gesehen ein stablecoin raus die nation deswegen es wird uns das letzte stück freiheit genommen im endeffekt was wir haben weil vorher gehst du zur bank holst du bargeld runter und der staat weiß nicht was du damit machst jetzt hast du dann eine karte wahrscheinlich in der hand oder bezahlt mit dem handy und das geht automatisch von einem konto und die bank weiß der staat weiß dann genau was du machst und wir reden ja jetzt sind nicht nur von deutschland wir reden wirklich weltweit von allen ländern deswegen sind ja auch einige länder die bürger ziemlich dagegen maximus einen wunderschönen freitag abend euch allen hallo mein maestro grüß dich johannes die einfachheit von dir ist das größte plus von dir genau das und dein wissen liebe lieben und schätzen wir dankeschön ja ich bin ja auch im endeffekt ja auch nur einer wie alle ne ich stelle mich hier nicht hin und sagen wo ich bin der king bei xrp ich weiß so viel ich bin die nummer als um gottes für nein ich bin ein mensch wie jeder andere auch und damit hat sie es gibt andere die heben aber war bin ich nicht der typ für hallo babo hallo habt ihr schon vermisst langsam holiday da war auch wenn mehr transferiert wird kann ich mir nicht vorstellen dass vor prozessende die fünf dollar erreicht werden jetzt liegt jetzt an den banken wenn die mit hohen transaktionen machen würden damit viel volumen dann mal 100.000 dollar bereich oder 200.000 dollar bereich und öftere transaktionen davon dann sehen wir ganz schnell woanders aber es könnte auch ganz doof laufen und dieses jahr tatsächlich nur erstmal bis maximal 10.000 dollar sein das heißt es würde den kurs nicht viel bewegen überhaupt nicht weil zu wenig banken noch damit sind wenn es jetzt mehrere banken aber ich sagen okay wenn vielleicht öfters und oder viel mehr 10.000 dollar transaktionen sein weil sie vielleicht dann auch irgendwann sage ich mal wenn jemand 100.000 überweisen will die einfach in 10 10 transaktionen dann machen würde ne super kitty schöne grüße aus der nachtschild was geht ab nicht viel nicht viel so wie immer weißt du doch mensch seid ihr alle fleißig abends freitags arbeiten mensch respekt naja deswegen holiday diver wenn die banken damit starten und die hätten jetzt große transaktionen diese dann eben halt teilen kann man ja dann machen weil ich meine ganz ehrlich bei 100.000 dollar 10 transaktionen hintereinander machen kriegt der kunde das auch in ein paar paar sekunden dann aber wie gesagt die banken müssen erst in der praxis auch das vertrauen in das system kriegen also wenn sie ja natürlich erst mal mit kleinbeträgen anfangen würdest du ja sicherlich auch so machen also ich persönlich würde es auch so machen wenn ich neues system hätte würde ich auch erst mal langsam damit anfangen auch wenn ich die testphase natürlich bombastisch bei mir gelaufen ist würde ich trotzdem dann sagen okay jetzt fange ich in der praxis an aber in ruhe nicht volle pulle weil wer weiß ob das system tatsächlich funktioniert es wäre natürlich was anderes wenn das system schon zehn jahre auf dem markt ist und schon zehn jahre von den banken auch verwendet wird und ich komme jetzt als neue bank da rein und sagt ja gut nehmen wir auch mit die anderen haben damit erfolg das funktioniert machen wir auch ist nun mal leider nicht mal die ist heute ist der zukünftige millionär bei mir und schläft gerade ist drei dreieinhalb jahre das heißt wenn er 18 ist und vernünftig wird er mein nachfolger ja da ist das problem sind die mit 18 schon so weit im kopf bei meiner tochter genauso dass sie wirklich damit klar kommen wenn man den dann irgendwie was auf den tisch knallt und sagt jetzt stehen die alle türen und türen offen im leben ohne probleme johannes ich hoffe stark dass wir später ein ganz normale db card haben mit der wir einfach überall wie mit der kreditkarte einkaufen und zahlen können glaubst du dass das kommen wird und was denkst du wann das soweit sein könnte also ich kann nur sagen du bist ja leider in der schweiz da weiß ich nicht wie es bei euch läuft also in deutschland ist es so die ec karte die wir haben die wird jetzt gerade abgeschafft wir kriegen alle eine db card und bargeld ist bei uns zum beispiel auch schon so weit dass einige banken schon kein bargeld mehr haben die schaffen das tatsächlich ab stück für stück wir haben auch schon ihre filialen ziemlich verkleinert bei uns stark am reduzieren da gibt es nur noch die automaten hier stehen und ich muss ganz ehrlich sagen die in der pandemie zeit hat man sehr gut die testphase gemacht weil da hat man ja gesagt zu den leuten benutzt nicht euer bargeld benutzt eure ec karte und natürlich haben die leute das gemacht ich meine ich persönlich mal das schon seit ich weiß gar nicht wie viele jahren ich bezahle sogar kaugummis mit ec karte weil ich habe so kein bock mehr auf bargeld das schon seit langem johannes mit xrp gedeckt ja da gibt es schon einige kreditkarten die das machen aber ich weiß ja nicht ob ich jetzt sage ich mal ganz ehrlich offiziell so gesehen mit der kreditkarte bezahle dadurch meine xrp natürlich verringert weil ich damit bezahle das wird dann ja in fiat geld umgewandelt und dann kriegt der händler das aber möchtest du tatsächlich mit deinen xrps bezahlen also ich persönlich muss sagen nö holiday diver also die bizobörse in mexico hat debikarten ja aber ganz ehrlich ich möchte nicht mit meinen mit meinen kryptowährungen bezahlen da beiß ich mir in den arsch mit wenn ich jetzt zum beispiel jetzt in dieser situation marktsituation mit meinen kryptowährungen bezahle da habe ich doch nichts von erstens mein investment wird dann noch verringert und wenn der bullenmarkt ist habe ich dann wahrscheinlich gar nichts mehr da stehen und das wäre doch blödsinn sowas also ganz ehrlich ich bin also ich bin nicht der typ und nicht der freund davon jemand wenn ihr es machen wollt okay aber dass ich ein geschäft gehe und mit kryptowährungen bezahle das ist für mich genauso als wenn ich gleich mein geld zum fenster rausschmeiße weil ich weiß ja was im bullenmarkt kommen könnte das heißt nicht dass jeder coin den ich mir zum beispiel hole auch tatsächlich ein riesen erfolg wird chris for crypto hey marcello habe gerade zufällig erst bemerkt dass du online bist macht doch nichts kann jedoch leider nicht länger dabei bleiben also verschießt bitte heute noch nicht dein ganzes pulver und hebt ihr bitte noch etwas für morgen auf freue mich auf morgen abend und wünsche einen guten nacht beste grüße aus der schweiz werde ich tun kann außerdem morgen nicht es ist 0 u4 das heißt dann werden wir ja sonntag abend nennen könnten wir auch machen ich habe ja urlaub jetzt ist mir natte aber nein keine panik wir schnacken nur noch und hier noch ein bisschen und dann ich habe ja schon meine tagesration an infos herausgehauen und schau mal holiday da war man kann da die crypto in vier tauschen und dann auf die karte okay das heißt ich verkaufe so gesehen meine kryptos über die börse und das wird dann auch die db card das geld transferiert okay das ist wieder was anderes es gibt ja auch diese verbindung von wegen du kaufst mit kryptos die irgendwas in der realen welt aber dass der händler kriegt das dann in fiat geld ausgezahlt spricht dass seine kryptos automatisch getauscht werden dann bei der börse die mit der db card oder mit der kreditkarte zusammenarbeitet mit dem unternehmen und dann so gemacht wird mutig heimacello was ist der zusammenhang zwischen odl und iso 222 0 iso ist verbunden auch mit dem ripplenet nicht direkt mit odl dass im ripplenet gibt es die drei systeme von ripplen das ist einmal x code ist das bei einer bis zur zeit noch das banksystem was mit dabei ist es im endeffekt so aufgebaut wie das alte swift system es ist einfach auch nur ein kommunikationssystem was natürlich die kommunikation schneller zwischen den banken macht und dadurch natürlich auch kosten einsparen braucht man aber noch die nostracon hat nichts mit blog stein zu tun und nichts mit xrp dann gibt es das x via system das ist ein buchhaltungssystem was über odl läuft interessiert uns auch nicht das ist auch nicht so interessant also für mich persönlich nicht und dann gibt es natürlich das odl system das kennen wir ja und da könnten dann die iso kommunikation mit den banken mit dem ripplenet natürlich sich da eins von den dreien aussuchen was sie dann eben brauchen für grenzüberschreitende zahlung ist natürlich entweder exkurrent dafür bräuchten dabei die nostraconten und hat nichts mit xrp zu tun oder sie verwenden dann natürlich halt odl das ist die verbindung dazu christmas nun doch noch was hast du schon etwas davon gehört dass banken angeblich schon kunden angeschrieben haben dass die auszahlung von krypto börsen nur bis 5000 euro im monat erlauben nee ich weiß das ist warum mod bei den banken genauso was dass sie da jetzt irgendwie grenzen einsetzen wollen für naja unser eins aber ich habe noch nicht gehört dass sie das durchsetzen wollen ich weiß nur dass es ein gespräch ist dass sie da ganz gewaltig am diskutieren sind werden natürlich nicht ganz so prickeln obwohl wir mal bedenken ich sag mal ganz ehrlich wenn xrp so diese rakete ist was wir uns erhoffen und die theorie in der praxis auch vorkommt und sagen wir mal xrp ist bei 300 dollar und oh ich kann im monat nur für 5000 euro dann verkaufen xrp münzen ja mein gott dann ist das so anstatt dann gleich millionen auf dem konto zu haben dann entspannt verkaufe ich jeden monat und dann habe ich natürlich leider nicht nur zwei bankkonten dann habe ich eben 45 verschiedene banken an der banke wo ich dann eben jeden monat für 5000 euro dann bei jeder bank eben mein geld hole dann ist das so das würde mich persönlich auch noch nicht mehr stören mal hatte ist die usa ist immer ein vorreiter gewesen in allen sachen deshalb glaube ich an xrp nicht in allen sachen also man darf die usa nicht immer so hoch loben sage ich mal da ist der asiatische bereich für mich interessanter eigentlich chris glaubst du damit kommen sie durch ja natürlich kommen die damit durch das ist so das problem oder das spannende auch im moment dass wirklich der kryptomarkt und die reale welt wirklich so im wandel sind könnte passieren dass sie damit wirklich durchkommen von wegen 5000 im monat nur vielleicht 10.000 oder vielleicht nur 1000 aber wie gesagt dann habe ich 45 verschiedene banken wo ich dann kunde bin und dann habe ich eben meine 20.000 jeden monat oder 25.000 von daher vagabond moin viele grüße aus magdeburg grüß dich annie in nizam guten abend herr mc oh sehr förmlich schönen urlaub wünsche ich dir dankeschön dankeschön aber lass mal bitte das her weg ich bin zwar 41 aber nee lass mir auch ruhig duzen hier holiday diver zum glück habe ich schon ein weiteres konto hier in mexiko ja chris gibt ja genug große jungs die auch etwas dagegen haben könnten ja bei denen macht man natürlich ausnahmen du weißt ja wie das ist du darfst nicht die großen mit uns ortonormalverbraucher vergleichen die kriegen auch andere zinsen wenn du geld bei der bank anlegen malatis okay da bist du da insider japan nein nein ich habe kein insider wissen ich wohne dazu dass das sek noch nicht vor meiner tür steht johannes ja bei der handy u app kann man seinen coins auch einfach tauschen in fiat geld und mit der u mastercard einkaufen oder einzahlen mit den neuen qr codes erledigten ja das wird auch in deutschland jetzt langsam kommen mit qr kurz bezahlen und einzahlen finde ich auch eine geile sache weil es dann natürlich noch einfacher ist da siehst du mal wieder johannes du in der schweiz du bist deutschland ungefähr ich sag mal fünf jahre voraus deutschland ist zwar eine riesen industrienation noch noch es sieht nicht so mehr bald so aus aber der status den wir jetzt noch haben in diesem land ist halt so aber was digitalisierung betrifft sind wir schlimmer dran als teil richtig einige länder in afrika wo man sagt dass ein entwicklungsland ist ein entwicklungs kontinent sind wir in dem bereich noch schlimmer dran als die holiday da war da ist vieles noch anders aber mit online und handy payments sind die uns voraus ja nur petzi riesen witz mit den 5000 euro monat ich würde es nicht als witz bezeichnen also die diskussion ist schon unter den banken ich kann mir vorstellen dass das kommen wird nur die müssen sich natürlich einigen und dann muss die europäische zentralbank natürlich sich auch einklinken ich meine das wird auch nicht so das problem sein aber ich denke das wird noch ein bisschen dauern bis es soweit ist ich schätze mal so zwei drei jahre minimum johannes jess ja ihr seid leider ein bisschen weiter als die großnation industrie standort deutschland also ich lache immer drüber wenn alle sagen was ist ja so zukunftsorientiert dieses land da denke ich immer mal da fahrt man andere länder fahrt man auch in ärmere länder und dann guckt mal die digitale welt bei denen an und dann kommt mal wieder da lacht ihr dann über deutschland ist nun mal leider so christi befürchtung habe ich leider auch da dass da eventuell wieder einmal ausnahmen gemacht werden ja bei den großen werden immer ausnahmen gemacht gleiche du gehst hin früher und willst ein sparbuch eröffnen da kriegst du mini zins oder dann geht millionär hin und sagt ich möchte auch ein sparbuch eröffnen ich mache gleich zehn millionen rein oder eine million kriegt aber einen anderen prozentsatz das war schon immer so die qr codes sind hier in mexiko gang und gäbe recht ach du schande ja seht ihr mexik selbst mexiko schon weiter ist auch keine große nationen hier mit wirtschaftsstärke sage ich mal aber die sind auch weiter die meisten nationen sind weiter als deutschland das ist so leider immer bisschen traurig finde ich richtig traurig chris aber weltweit werden sie das hoffentlich nicht durchbekommen somit bleiben dann genug möglichkeiten ja du weißt aber wie das ist wenn einer anfängt und ein kontinent damit auch noch zufrieden ist werden die anderen natürlich höchstwahrscheinlich dann nachziehen unser glück wird natürlich sein wir können dann wenn es bis dahin mit cbdcs und stablecoins in der welt ist könnte man zur not ja auch diese xrps dann in stablecoins tauschen und dann stück für stück dann immer wieder aus sich auszahlen lassen ist ja eigentlich auch eine feine sache so gesehen gleich mal sagen wir mal ich habe drei millionen gemacht ich tausche das um in tether zum beispiel ist ja der größte stablecoin packt die mir auf mein hardware wallet und dann verkaufe ich jeden monat eben für 5000 tether sehe ich wirklich nicht so das problem damit johannes deutschland unser 28 kanton dann fühlt ihr den aber ganz schön schlecht tut mir leid holiday day war und mexiko wird als dritter weltland bezeichnet ja finde ich immer wieder witzig also ich kenne ja mittlerweile auch so ein paar mexikaner zum kindergarten die kindergärtnerin von meiner tochter war ist auch mexikanerin und was die müssen über die heimat erzählt hat da habe ich nur gedacht da ist deutschland noch weiter zurück lassen wir lieber dieses thema ja jedes land hat seine vornachteile und hat auch seine probleme da gibt es keine ausnahmen es gibt leider nicht nirgendwo eine nation wo man sagen könnte das ist das paradies aber wie gesagt wenn es um digitalisierung geht ist ja deutschland sehr weit zurück weil mir ist dann müssen wir vorher durch sein dass wir die kohle auch bekommen so wie wir sie brauchen sonst hat man millionen auf dem crypto konto und muss monate warten um ein paar zehntausend etc zu haben um sich was auch immer zu kaufen ja bei mir ist im moment die große befürchtung mit den cbdc ist weil china hat ja schon die testphase noch weiter ausgeführt und hat jetzt cbdc eingeführt mit ablauf datum das heißt zum beispiel wenn du jetzt am ersten ein gehalt kriegst in cbdc ist in dem digitalen euro nehmen wir mal an wenn wir so weit irgendwann sind dann könnte es tatsächlich so sein dass die sagen okay du kriegst jetzt weiß ja nicht was du verdienst oder wer überhaupt was verdient sagen wir mal 2000 euro in digitalen euro ausgezahlt und die mussten dann bis monatsende bis zum nächsten ersten ausgeben weil sonst zerfallen die das macht mir mehr sorgen wenn china damit wirklich durchkommt dass andere nationen und dann europäer natürlich auch auf die idee kommen ja geil entweder geben die bürger das aus oder sie sind gezwungen einfaches anzulegen falls das noch möglich ist wer weiß wie sich das entwickelt aber das finde ich so ein bisschen pervers nehmen wir mal an du hast dann deine millionen drei millionen mit kryptos gemalt kriegst den digitalen euro natürlich dann bis dahin und dann heißt du hast ein verfallsdatum das wäre richtig übel chris so nun aber gute nacht dank dir für deine zeit bis morgen bis morgen chris mal atis ich habe mir noch fünf jahre gegeben um finanziell frei zu werden fünf jahre okay 2028 wenn du noch so gern weiter arbeiten möchtest und alles okay warum nicht qualm ist das ist ja noch blöder wie will man da jemals auf was sparen das ist ja das ding du sollst ja nicht mehr sparen entweder legst du es an oder gibt es aus und ja warten wir mal ab wenn das wirklich kommt dann ist es eine perversität eine richtige perversität gegenüber allen menschen natürlich wenn wir dann wieder die großen die werden wieder ausgenommen aber so otto normalverbraucher damit hast du den otto normalverbraucher richtig an den eiern im endeffekt nur petzi klingt nach albtraum mit dem ablauf den cbdcs ja wird immer schlimmer ja china testet es gerade und ich finde das nicht witzig das ist nämlich das wovor ich immer am meisten schiss hatte mit der digitalen werbung dass sie sehen was ich kaufe oder wie mein kaufverhalten ist oder wo ich das geld herkriege das ist mir alles egal ich habe nichts zu verbergen aber mit einem ablaufdatum dass man mich zwingt es auszugeben ich mein gut eben ich habe so nie geld auf dem konto weil ich habe nur maximal das was ich im monat an kosten habe plus ich sag mal 100 200 euro extra noch falls noch was dazu kommt habe ich auf dem konto alles andere ist immer weg bei mir da aber das mit dem ablaufdatum das finde ich ein schlimmes szenario was china da gerade gemacht und wenn es nur auf eine küche oder ein auto ist wenn es nur auf eine ach so ja nur petzi aber china ist ohnehin ein überwachungsstaat sorry dass ich lache erstens es ist offiziell ein überwachungsstaat was glaubst du was hier los ist du hast doch sicherlich ein smartphone du hast doch sicherlich whatsapp du hast sicherlich vielleicht sogar facebook also ich persönlich habe kein facebook mehr ich habe zwar einen account aber den bewege ich nicht mehr mehr muss man nicht sagen china ist nur offiziell ein überwachungsstaat was glaubst du was hier in europa los ist was glaubst du was hier in deutschland los ist und das machen alle natürlich auch noch freiwillig jeder hat ein smartphone das reicht schon qualmes das bracht halt jeder aber geht meist nicht mit einem monatslohn ja holiday der warum genau wegen diesem horrorszenario würde ich nie einfach hohe summen verkaufen wenn ich sie nicht brauche ja das muss jeder selber wissen also ich sage ja selber sich 10.000 stück weil ich ja nur drei xrp habe bei 250 300 dollar verkaufen werde aber da muss ich wirklich gucken wenn dann wirklich die cbdcs so auch in europa gemacht werden sollten dass sie ein ablaufdatum haben dann verkaufe ich nur das jeden monat was ich tatsächlich zum leben halt brauche malattes dann ist mein enkel neun jahre alt so hätte ich genug zeit für ihn ja das ist auch eine schöne sache dann eigentlich ist geil johannes das wird in china gehen aber nicht in europa da werden sich die bürger quer stellen moment einige nationen gebe ich dir völlig recht aber hier wo ich bin in deutschland tut mir leid nein hier die bevölkerung die kannst du prügeln die kannst du verarschen die kannst du anlügen sogar mitten ins gesicht und jeder weiß dass es eine lüge ist hier rührt sich gar nichts da gehen sie mal ein bisschen auf die straße aber hier wird es auch funktionieren super sogar das kommt nie bei uns denn sonst könnte ganz arbeitsgebiete einpacken ferien kann sich dann ja auch niemand mehr leisten ein jahres abo vom öv öv zug nicht mehr möglich und so weiter brauchst du ja dann auch nicht mehr ein jahres abo zum beispiel diese jahres abos sind entweder kannst du die gleich sofort bezahlen natürlich oder eben halt du bezahlst monatlich zorni was passiert und was geht es geht gerade darum als china testet ja gerade cbdc ist mit verfallsdatum ist eine böse sache sowas wenn die das tatsächlich durchkriegen gut man kann sagen ist ja nur china aber wenn china das macht ist eine große volkswirtschaft würden sich andere nationen vielleicht auch noch anschließen das mit durchzuziehen johannes wir in der schweiz stimmen wir ab und erledigt ist es ja ihr habt ja auch muss man ganz ehrlich sagen in europa habt ihr eine vernünftige demokratie aber nur ihr und ihr seid ja nicht direkt wie soll man sagen ihr seid zwar auf dem europäischen kontinent habt auch ein bisschen vorzüge durch die eu aber ihr seid nicht mit drin ne ihr könnt machen was ihr wollt und viele nationen haben nun mal keine eier mehr und lassen sich von brüssel alles voll produktieren das ist nun mal das große problem was wir haben und das ist auch das problem warum viele nationen mittlerweile auch die bürger die schnauze voll haben von der eu weil die mischt sich zu viel in inländische politik eben ein neokrypto der deutsche ist zwar ein bisschen naiv und blöde ok würde ich jetzt nicht sagen blöde aber aber wenn man sieht dass im nachbarland andere ist so blöd ist der deutsche dann doch nicht frankreich brennt schon ja siehst du frankreich brennt was macht der deutsche oder was macht die bevölkerung sagen wir mal nicht nur die deutschen deutschland hat mehrere bevölkerung was macht die bevölkerung nix in holland hat es gebrannt und wie was war hier der benzinpreis geht hoch holland hat alles blockiert die bauern sollten noch mehr und enteignet werden die haben alles blockiert hier in diesem land ist alles gut dann wird es eben teurer gehn paar höfe weg weg ist so deswegen das ist so ich weiß nicht was hier verkehrt läuft ne ich habe echt das gefühl du kannst die bevölkerung in diesem land echt rügeln bis zum letzten du kannst in den letzten cent aus den taschen rausnehmen das sieht man das ist im moment brutal was hier abgeht und was auf uns zukommt noch und es passiert einfach nix ich meine dass die ganzen anderen parteien da ja nichts machen ist klar das spielt den total in die karten das versagen der region aber es muss doch endlich mal was passieren weil ich sehe wirklich schwarz für diese nation mittlerweile und es ist leider schade weil ich lebe eigentlich sehr gerne hier auch wenn ich viel steuern zahlen muss ich persönlich mache es auch gerne weil es muss im endeffekt keiner in diesem land hungern jeder kann ein dach über den kopf kriegen wenn wenn die wohnungen dafür da sind ist ja auch ein bisschen schwierig geworden mittlerweile aber dafür zahle ich gern steuern es muss wirklich keiner hungern und das ist für mich so wichtig so ein bereich qualm ist mittendrin statt nur dabei schweiz sei froh ja sei froh wenn du in der schweiz lebst aber gut dafür schweiz auch ein bisschen sehr teuer johannes dann bleibe ich halt in der schweiz die berge gefallen mir so oder so super gut ja aber ihr seid mir zu kalt also da bin ich wirklich so nee ich wo ist sanremo verdammt noch mal ich muss auf seine insel oder ich gehe zu holiday diver und verpiss mich nach mexiko da habe ich es auch schon war und das essen ist auch gut scharf magge malaties so was kann ich mir nicht vorstellen dass wir alles bis ende des monats ausgeben müssen können sich die chinesen wahrscheinlich auch nicht vorstellen ja da muss man einfach abwarten nur dieses horrorszenario ist tatsächlich gerade im gang in china diese testphase die damit auch noch läuft und wenn das wirklich durchkommen sollte auch auf der welt oder in ganz europa dann ja gute nacht anton der sklave soll ja auch nicht in den urlaub der soll arbeiten und parieren sag ich nichts zu holiday diver ich habe da meine konsequenz gezogen die regierung kann ich nur bestrafen indem ich aufgehört habe zu arbeiten und steuern bezahlen ja gut aber das machst du jetzt in mexiko ja nämlich mal auch arbeiten und steuern zahlen johannes es passiert doch auch bei euch in deutschland da sind noch die kleber fraktion oder ach so das meinst du ja um gottes willen man kann die ja nicht bestrafen frankreich läuft es ja anders ab da stellen die polizisten um denjenigen dann herum und reißen dann die hand von der straße muss ich ganz ehrlich sagen ist richtige reaktion tut mir leid wenn ich das so sagen muss weil das geht einfach gar nicht aber es ist schon weniger geworden so eine zeit lang war so ein bisschen innen von den ganzen kindern sage ich mal klebstoff an die hand und auf die straße aber es ist schon sehr viel weniger geworden qualm ist ich wohne nicht in der schweiz hat nur gut gepasst mitten in der eu aber halt doch nicht mit zu tun ja es ist auch das beste eigentlich mr swiss krypto das abstimmen in der schweiz ist auch so eine sache warum hat es in sichtfenster des briefs einen qr code werden briefe aussortiert über die post betreiber betreibe eine diktatur und verkaufe sie als demokratie für das kovid app brauchte man ein qr code für eine abstimmung nicht lustig nicht ja es gibt im endeffekt keine richtige demokratie naja sowie wie man uns das rohr gaukelt gibt es in keiner nation das ist eben so das ist im endeffekt in meinen augen ist es immer teilweise eine jahr mehr richtung diktatur als eine richtige demokratie das ist immer das problem ob es pressefreiheit ist die gibt es in meinen augen in deutschland auch nicht seit 2016 mehr weil alles über den staatsapparat laufen muss aber gut es ist halt so johannes ps wir haben jede menge heizungen dann schickt sie mal wenn sie auf ökobasis sind nach deutschland wir brauchen jetzt welche was sagst du zum aktuellen kurs und denkst du wir halten die 40 cent marke nein also wenn jetzt nicht irgendwie der prozess zu ende geht oder die verwendung hochgeschraubt wird werden wir sicherlich wieder im 30 cent bereich landen ich gehe sogar davon aus dass es schon spätestens nächste woche dienstag ob es dienstag passieren könnte vielleicht sogar schon sonntag wir wissen ja wenn asien aufwacht sonntags dann wollen sie ein bisschen shoppen gehen und verschärfen ja sowieso immer alles holiday der elbe die mexikaner essen gar nicht mal so scharf echt wenn ich hier mexikanisches restaurant in bremen gehe da kriege ich immer nur schar mich stört es nicht wahrscheinlich hat der koch ein bisschen schüttelnähmung oder so in der hand wenn er gewürze da rein packt nein ich werde niemals mehr arbeiten okay ich habe von berufsunfall eine rente mit 700 euro monatlich damit kann ich in mexiko gut leben wow nicht wow weil du einen berufsunfall hat das ist wirklich nicht prickelnd auch nicht dass du eine rente hast das heißt körperlich geht es ja auch nicht so prickelnd weil sonst würde es nicht schon rente sein aber da hast du genau das gemacht was ich natürlich auch machen würde wenn ich jetzt nicht in kryptus wäre und ich denke okay kryptus bringen mir nichts das ist so mein plan b sowieso wenn ich schaffen sollte rentenalter zu erreichen oder eben halten berufsunfall sowas wie du ihren hast zu kriegen und nehmen niedrige rente kriege ich sowieso wer so plan b raus aus deutschland mir irgendeine nation suchen wo ich damit der rente eben halt so gut leben kann weil ich bin nicht der typ wenn ich alt und klapprig bin dass ich dann noch irgendwie flaschen sammel oder arbeiten gehen muss dass ich arbeiten gehe das ist gar keine frage das tue ich dann trotzdem weiter weil wenn ich bin ein arbeiter werde immer arbeiten solange ich körperlich und geistig halbwegs fit bin werde ich immer arbeiten gehen auch wenn ich zum beispiel mit xrp dummerweise vielleicht millionär werde und dann werde ich dann auch weiter arbeiten gehen aber nicht auf vollzeit na also nicht 40 stunden sondern vor ein zwei stunden am tag mal aus dem haus raus mal atis ist terra luna ein amerikanisches blockchain nein absolut nicht der luna ist ein südkoreanische blockchain warum fragst du denn johannes überwacht sind wir schon lange und mir ist das soweit auch egal ja solange du nichts zu verbergen hast ja mein gott sollen sie doch gucken sonst auch hier in live stream sich reinschalten und so habe ich kein problem mit sondern auch auf meinen rechner gucken da können sie auch gucken ich habe keine illegalen filme keine illegale musik runtergeladen oder sonst irgendwas null ich bin eigentlich ein sehr langweiliger type online merke ich gerade sollen die doch mir von unten beim wc gang zuschauen wenn ihnen gefällt ja warum nicht ne oder gibt es bestimmt einige denen das gefällt keine panik ich habe nichts zu verbergen richtig so lange nichts zu verbergen hast ja mein gott sollen sie doch alles sehen was ich kaufe was ich mache was ich tue solange sie mich in meinen vier wänden wenn ich nicht am rechner sitze natürlich können sie da gucken webcam habe ich eigentlich immer verdeckt dann aber wollen sie doch gucken was ich am rechner mache stört mich nicht sondern sie gucken was ich am handy mache stört mich nicht holiday da weil in deutschland kommst du mit den 700 nicht weit nee du müsstest dann hier noch jetzt heißt es ja bürgergeld früher hieß es ja als vier müsstest du noch extra beantragen und wenn du glück hast kriegst was anton will aber trotzdem in den urlaub ab juni ist erst einmal ruhe für ein halbes jahr ja warten wir mal ab schön wäre es natürlich aber ich kann es nicht sagen also ich bin tiefen entspannt weil ich weiß es kommt einfach es kann es gibt keinen anderen weg mehr dran vorbei als den xrp letter zu verwenden in der finanzwelt und alle anderen bereiche genauso holiday diver ich arbeite anders ich gehe drei stunden täglich in die schule und lerne neue sprache finde ich auch gut das finde ich zum beispiel auch geil du bist das beste beispiel wie integration auch funktionieren muss du gehst ein anderes land du willst erleben da musst du auch die sprache lernen richtig genau so ist das richtig gemacht von dir und was ist das denn coxen was soll coxen sein oder meinst du coxen das wäre ein bisschen doof johannes ich bin auch ein arbeiter ich organisiere alles was sie für mich machen sollen ja das ist auch nicht schlecht ja aber kochen und kochen ich dachte schon coxen und kochen kochen lernst du auch ja das ist schätze da komme ich ja ganz schnell nach mexiko da wenn ich sowas schon lese aus dem kochen auch lernst aber das beste was du so machen kannst wenn du in einer anderen nation bist geh nicht in die dämlichen restaurants oder so ein paar aufs land suchte da irgendwo ein altes restaurant und da lernst du die richtige küche des landes immer kennen diese ganzen touristengegenden da braucht man gar nicht hingehen zum essen gehen brian es ist schon verrückt wie krass das der netzwerk effekt wirken kann bei ripple ja wir brauchen im endeffekt stehen wir nur noch eine sache fehlt uns wir stehen nicht es fehlt nur noch eine sache und das sind die hohen transaktionen das ist einfach das ripple das rippeln das audi den xp ledger mit odl wirklich freischalten muss auf höhere transaktionen damit wirklich nicht nur 10.000 dollar durchgehen es kann wirklich so blöd laufen dass tatsächlich bis november 2025 die banken nur 10.000 dollar maximal pro transaktion rüberballern aber selbst dann bin ich guter dinge dass dann sich der kurs natürlich auch bewegen wird weil dann werden fast alle transaktion von den banken sicherlich bei 10.000 dollar sein und wenn dann die masse natürlich mitmacht dann wird sich der kurs auch bewegen im moment ist es ist ja alles auf 10.000 dollar beschränkt aber das sind auch so transaktionen selten dass da man 10.000er drin ist weil man muss bedenken die die am meisten jetzt transferieren mit xp odl und dem xp ledger das sind otto normalverbraucher die hier und da mal ein bisschen geld in die heimat schicken das sind nie tausende das sind ja wenn es vielleicht war glück dass man tausender dabei ist aber ich heiße mal das sind so im wert von 100 bis 500 euro vielleicht brian hast du das mit zwift gehört was denn was möchtest du mir denn sagen mit zwift mal das ist bei mir auf der arbeit sind über 1000 mitarbeiter davon sind von denen ich weiß 10 bis 20 kollegen in kryptos investiert sind nur leider nur leider haben die meisten einfach blind investiert ja was soll ich dazu sagen da ist ein bisschen doof gelaufen dann für die holiday da war ich bin extra nicht in eine touristenregion gegangen und habe schon viele mexikaner als freunde da lernt man sehr viel über land und leute und essen ja sehr gut genau so muss es sein naja gut für dich ist ein bisschen problematisch die denken alle du bist der reiche dumme europäer der natürlich geld hat ne deswegen muss man aufpassen was so freunde betrifft aber ich schätze mal du bist nicht auf den kopf gefallen von daher schön entspannt bleiben und sagt mir jetzt nicht auch noch du hast das mehr um die ecke bei dir so brian was wolltest du mir sagen mit zwift ne von daher ja du also holiday divers san remo ihr lebt genau perfekt schön warm schön ruhig ja gut ruhig vielleicht nicht aber es ist immer schön warm klar mal auch unerträglich aber das klima ist anders also ist nicht so wie hier wenn ihr 30 grad sind verbrennst du und bist nur noch am schwitzen wie ein schwein also ich bin jetzt zumindest aber ja so ist das halt ne aber schauen wir uns noch mal ein bisschen die kurse an die werbung kam gerade perfekt ach du schande ja ihr seht gerade der xp ledger natürlich geht wieder ein bisschen runter ein bisschen hoch die durchschnittliche transaktion finde ich nicht selber gravierend weil guck mal auf die uhr ist es halb eins und was mich auch wundert es ist halb eins es ist jetzt ja sind ist ja schon bei dem wir jetzt schon halb neun und es sind ja es geht so ein bisschen wieder los hier mit den payments aber nicht grad gravierend hoch das wäre so ein bisschen also irgendwas ist in den letzten tagen sehr komisch geworden muss ich sagen also gefühlsmäßig sowieso weniger payment zu sehen als sonst switchen die alle auf sidechain jetzt rum oder was dann wäre natürlich ein bisschen doof dann werden wir hierbei gar nichts mehr sehen kurstechnisch wenn ich mir das so ein bisschen angucke könnte nach oben gehen schauen wir mal aber bitcoin ist ein absturz also denke ich auch nicht wird wahrscheinlich auch ganz runter gehen wieder ansonsten ja wie immer ein ganz normaler verrückter tag könnte es werden die haben drei partner angekündigt die alle mit rüppel zusammenarbeiten rein hast du mein letztes video nicht gesehen von gestern da kommst du mir zu spät tut mir leid ja natürlich weiß ich das hallo aber trotzdem danke dass du das nochmal gesagt hast holiday da war das volumen fällt täglich gerade ja weil da auch nicht mehr viel bewegung ist deswegen es könnten banken schon gestartet sein aber nicht viele und das ist so das kleine problem ne weil sie auch nur mit kleinvolumen transferieren halt johannes danke im sie für die unterhaltung und infos bis heute abend freue mich schon gute nacht ja ich freue mich auch schon wieder keine panik ich hoffe du bist auch dann da dann schlaf mal schön qualmes meinst du wenn sidechain läuft dass man avg transaktion ledger die transaktion sieht nicht was und wer aber die anzahl oder dass dies auch nicht gesehen werden also ich gehe davon aus dass wir das auf jeden fall noch sehen werden alles andere werden wir nicht mehr sehen aber das sollten wir eigentlich immer noch sehen weil das heißt ja nur die transaktion wie viel darüber läuft okay was und wie pech für uns finde ich finde persönlich finde es ja richtig doof das war einer der hauptgründe warum ich überhaupt in xrp investiert habe weil ich dann schön gucken kann aber ist nicht aber das sollte eigentlich doch da dranbleiben weil das sollte eigentlich nicht verschwinden brian die haben das getweetet und kurz danach wieder gelöscht brian ich habe schon ja donnerstag darüber berichtet du kommst zu spät ich weiß holiday diver gute nacht gute nacht was soll ich sagen brian ich bin meistens einer im netz der muss ich ja leider zugeben das stelle ich immer mehr fest der erste ist das was raus knallt und dann erst die anderen danach kommen brian okay sorry meister nie muss ich ja nicht entschuldigen ist alles gut alles gut ich finde es ja auch gut wenn ihr sowas sagt noch mal dran kommt vielleicht habe ich ja mal was nicht mitgekriegt passiert mir auch heute habe ich auch nicht so viel mitgekriegt aber ich habe noch nachgeschaut und es ist wirklich nicht so viel passiert mein gut dass was da kommt mit ripple cto also sprich david dass er jetzt auf ellen macht so ein bisschen trollt weil er mit seinem mimi coins da kommt ok finde ich ein bisschen witzig wenn er sowas macht ripple präsidentin klar dass sie positiv ist es ja auch logisch dass sie es ist sie sich gegen den letzten rüppel schreiben auch jetzt langsam aufbauen ok aber vom op das ist geil dass ich das verpasst habe das ist vom 6 märz und ist schon echt mega geil was abgeht ist es echt geil wie die bausteine alle zusammenfügen die puzzle teile zusammenkommen ist es einfach nur fantastisch guten morgen empower ja ich wollte aber eigentlich auch gleich schon feiern machen aber wir haben ja auch schon eine stunde 12 wie gesagt heute abend um 23 uhr wenn ich natürlich auch live da wird es länger als eine stunde zwölf gehen sicherlich ich werde noch ein bisschen werbung machen wenn sicherlich der ein oder andere noch dazukommen wird bestimmt wieder richtig richtig geiler abend dann heute abend empaut dann gute nacht ja deswegen ich wünsche euch eine schöne gute nacht einen schönen samstag und alle die die jetzt natürlich noch arbeiten in der spätschicht oder nachtschicht eher gesagt tut nicht mehr so viel entspannt euch ein bisschen vielleicht werden wir bald ein großes treffen haben wenn xrp mal durchknallt huber trotzdem allen weiter cool bleiben und weiter xrp einkaufen im ziehe gute nacht ich habe dank die eier aus stahl das will ich hören das ist genau richtig das ist ja auch einer der sage ich noch eben kurz das ist ja auch einer der hauptgründe warum ich diesen ganzen scheiß mache dass die leute durchhalten es geht ja nicht nur um xrp es geht ja allgemein um die kryptowelt und wenn du auch andere münzen hast halte einfach durch warte auf dem bullenmarkt und du wirst sehen was du davon hast und damit sage ich nur noch gute nacht und auf wiedersehen